Jetzt kommt eine Challenge zwischen uns. Also ich würde vorschlagen, wir machen erstmal verschiedene Tiere. Ich sage jetzt Ameise Frederik. Und dann sage ich das. Hello, I'm the Aunt Fred Rick. I'm proud to be at Ringelstedt. Nice to have you. Thank you. Marder Manfred. Der Marder Manfred ist so einer. Verstehst du, das ist jetzt so in der Talkshow. Der weiß, was er mit dabei hat. Verstehst du? Der lässt seine Lumpen. Ja, der Marder Manfred, das ist eine kleine Drecksau. Aber er ist guter. Er ist guter. Die Schlange Sibylle von Hohenlohe. Ich komme an dieser Stelle mal vorbei bei Ihnen. Sie haben mich, glaube ich, bestellt. Ich bin Psychologin. Wow. Ich möchte Sie therapieren, Herr Cabanian. Ich meine, ich bin der Marder Manfred. Ich kann mal loslegen.